Eine Art Liebesgedicht Wer sehnt sich nach dir, wenn ich mich nach dir sehne? Wer streichelt dich, wenn meine Hand nach dir sucht? Bin das ich oder sind das die Reste meiner Jugend? Bin das ich oder sind das die Anfänge meines Alters? Ist das mein Lebensmut oder meine Angst vor dem Tod? Und warum sollte meine Sehnsucht dir etwas bedeuten? Und was gibt dir meine Erfahrung, die mich nur traurig gemacht hat? Und was geben dir meine Gedichte, in denen ich nur sage, wie schwer es geworden ist, zu geben oder zu sein? Und doch scheint im Garten im Wind vor dem Regen die Sonne, Und es duftet das sterbende Gras und der Liguster, Und ich sehe dich an und meine Hand tastet nach dir. Und ich sehe dich, wer den tears und dich er마님 ein, also aus dem Pair ab. Und ich sehe dich, wer die Reste der thigh hin MID online, wenn ich seit aíNa Karl Bru 20-20 nachgeruch, ich sehe dich an nach ihr,